Es ist wieder soweit. Der Frühling kehrt zum Richtsberg zurück. Und mit ihm auch die Osterhasen. Jedes Jahr werden auf dem Gelände des BSF Osterhasen gesichtet. Doch was machen die Hasen nur im Damaschkeweg? Richtig, sie legen Eier für euch. Manchmal kommt es vor, dass ein goldenes Ei gefunden wird. Manche sagen, es fällt vom Himmel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieder manche behaupten, die Osterhasen legen ein goldenes Ei. Doch egal, woher die goldenen Eier kommen, ihr habt am 12. April die Gelegenheit ein oder zwei der goldenen Eier zu suchen, bei unserer großen Ostereiersuche im BSF.